Mit der IT auf hoher See. Die Reise beginnt. Computer vernetzen die ganze Welt. Sie bringen uns an alle Orte und bieten scheinbar zahllose Möglichkeiten. Ab sofort hilft dir der IT Self Service, die neue zentrale Anlaufstelle für alle IT-Themen. Mit dem Rettungsring-Icon in deiner Taskleiste oder direkt über deinem Desktop lässt sich der IT Self Service öffnen. Auf der Startseite hast du alle Funktionen auf einen Blick. Du möchtest nach Lösungen für kleine Probleme im Alltag suchen? Das geht ganz einfach. IT Self Service aufrufen, Frage in das Suchfeld eingeben und den passenden Lösungsvorschlag anwenden. Es gibt Probleme, die du nicht mehr selber lösen kannst? Dann melde dieses Problem und lege ein neues Ticket an. Damit wir dir unsere IT-Themen noch genauer erklären können, freue dich auf Abenteuer auf hoher See. Dein IT Self Service Störungen selbst beheben, Probleme melden, aktuelles erfahren.